So, jetzt kommen wir zu den Hühnern, kommen wir rein, hier ist das Futter drin, hier sind die ersten Ställe, das sind eigentlich Meerschwein- oder Kaninchenställe, da liegen die halt ihre Eier, habe ich jetzt alles frisch gemacht, guck mal, da liegen schon wieder fünf frische Eier, hier ist ein Hühnerstall tatsächlich, hier gehen sie gerne rein, hier nicht so, das ist so ein Häuschen, dann habe ich hier oben nochmal so zwei Gelege, da schläft gerne der Hahn über Nacht, warum auch immer, dann habe ich hinter mir noch eine alte Bar, da hole ich dann immer Eier raus, da kommen sie von der Seite dran, dann habe ich hier unten nochmal, da hole ich mir die Eier dann so raus, so, ja, dann hier kommen sie rein und raus, da schließe ich den abends und morgens öffne ich halt, Hier ist der neue Meerschweinchenstall, den habt ihr ja schon gesehen, so, und das hier ist der Gänsestall und da oben schlafen die Hühner, ja, so, der Gänsestall, Klappe auf, den kann ich auch nochmal hier ganz hoch heben, damit ich ihn sauber machen kann, hier ist das Futter, hier ist das Wasser und da ist nochmal Schlafecke und von da hinten kommen sie halt, von außen ist es auch wie so ein Häuschen, ja, das war's, das wollte ich euch mal zeigen, vielen Dank!